In Season 16 ist es endlich soweit. Pathfinder soll seine lang überfällige neue passive Fähigkeit endlich bekommen. Und in Season 16 kommt auch eine fünfte Legendenklasse hinzu. Dort wird Pathfinder rein wechseln, wie einige andere Movement-Legenden auch. Demnach zufolge, die Skirmisher-Klasse heißt die übrigens zu Englisch, demnach zufolge kann Pathfinder den Survey Beacon quasi die neue Zone, die nächste Zone, nicht mehr scannen. Und so soll es so sein, dass er in der passiven Fähigkeit über seine eigene und sämtliche andere Zip-Lines vertikal wie horizontal 50% schneller rüber sippen kann. Achtung, das sind Leaks. Leaks wie über die Zip-Line fahren und sich selber heilen standen auch schon im Raum. Aber die 50% höhere Geschwindigkeit drüberfahren ist sehr, sehr hoch im Kurs. Dennoch mit Vorsicht zu genießen. Im Endeffekt werden wir es erst in Season 16 sehen. Aber dies scheint sehr, sehr wahrscheinlich. Das war es schon wieder von mir. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.